Ich stehe hier in einer total coolen Location mit einem super Videomann und habe gerade meinen Online-Kurs Recruiting-Wissen für Führungskräfte oder Hiring-Manager aufgenommen. Hintergrund ist, dass ich von vielen Personalern aus meinem Netzwerk immer wieder angesprochen wurde, Henrik, wir müssen unsere Führungskräfte irgendwie auf Spur bringen, wir müssen dir mal klar machen, was am Arbeitsmarkt gerade so abgeht. Und dann halte ich natürlich gerne einen Vortrag und habe mir gedacht, hey, warum machst du keinen Online-Trainingskurs zum Thema Recruiting nur für Hiring-Manager? Und das habe ich gerade gemacht, knappe fünf Stunden. So viel Material ist es nicht, ich muss mal schauen, wahrscheinlich läuft es irgendwie auf drei Stunden hinaus. Aber kompakt gefüllt mit dem Thema Anforderungsdefinition, Stellenbeschreibung, Personalauswahl, mein Lieblingsthema, ihr werdet es ahnen. Und ja, das Ganze wird jetzt noch geschnitten und ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt, wie es aussieht und freue mich sehr drauf und seid gespannt.